Die Digitalisierung verändert Industriezweige und gesamte Geschäftsmodelle. Damit unsere Unternehmen sich updaten können, was in der Welt passiert, laden wir jährlich internationale Referenten aus allen Branchen ein. IT ist ja nicht mehr eine Servicefunktion in der Zukunft, sondern eine strategische Funktion. Insofern ist dieses weite Denken in der digitalen Entwicklung für jeden Unternehmen grundlegend. Es betrifft nicht nur einzelne Bereiche, z.B. Kommunikation oder Online-Themen, sondern es betrifft die ganze Wertschöpfungskette in einem Betrieb. www.nidio.de www.nidio-projektivist.com www.nidio.de www.nidio.de